Seid ich dich zum ersten Mal sah, läuft mein Verstand nicht mehr ganz klar. Uns nur im Ansatz bekannt, dachte ich, wir wären Seelenverwandte und ich. Ich träumte zu den Wolken hinauf, Bauchlandung folgte darauf. Enttäuscht und auch leicht frustriert, wurde daraufhin schlecht kommuniziert. Auch wenn du das vielleicht anders siehst, so glaub ich nicht, dass ich diese Spannung löse. Ich kann nur sagen, was in mir vorgeht und hoffen, dass du das verstehst. Ich möchte wissen, wer du bist und was deine größte Freude ist. Warum meine Gegenwart dich bedrückt und dich das Skifahren so entzückt. Ich weiß, ich sollte mehr riskieren, um meine Gefühle zu relativieren. Was ich wirklich für dich empfinde, ist noch gar nicht abzusehen. Nein, nein, aber du weißt, ich bin halt still und kann dies hoffentlich verstehen. Ich verstehe, du hast eine faszinierende Art. Schade, dass ich noch keinen Zugang fand zu deinem Wesen, das mich berührt. Wie wäre Freundschaft mit dir wert? Kann sein, ich bedeute dir nicht viel. Doch wäre Freundschaft nicht ein Ziel? Ich mag dir wissen, wer du bist. Ich mag dir wissen, wer du bist. Ich mag dir wissen, wer du bist. Wer du bist.